Liebe Freunde der Galaxis, hier spricht eine Heiltraut. Gemeinsam können wir die Rebellion ausradieren. Entschuldigung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Ich bin der Dennis, oder auch Heidi Deluxe genannt, wie ihr wollt, ja, und Leibwächter. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute, nö, gehen wir mal in den Store und wir kaufen uns mal richtig schöne Sachen. Was ist das denn hier? Nachdem du deine Eltern verloren hattest, nahm dich eine Wookie-Überlebenskünstler auf Kashyyyk unter ihre Obhut und lehrte dich im Kampf aufzublühen, um dich selbst nachschwer... Äh, genau, das wollte ich hier aufladen, ja. So, und das ist schon mal schön, die Armbrust haben wir ja noch. Es gibt so viel neuen Kram. Was ist das denn hier? Huttenaufträge, achso. Was ist das? Es gibt noch Huttenaufträge, alles, ey. Es gibt immer so viele Sachen bei Battlefront. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr dabei seid. Meine allererste Folge hier auf dem Heideltraut-Channel. Cool, ey. Das freut mich auch, dass ihr Lust habt, hier mit mir durch die Galaxis zu fliegen. Liebe Freunde, ja, liebe Freunde, der macht... Ihr wisst ja, ich bin dann wirklich ein, ein, äh, ein... Ich würde mal leicht behaupten, gar nicht mehr so schlechter Battlefront-Spieler. Und ich hab ja, was auch nicht schwer ist, und ich hab ja in letzter Zeit, ähm... Ich hab insgesamt 130 Folgen auf meinem Erfolg-Channel. Deswegen muss ich jetzt einiges zeigen hier, ne? Ich muss einiges zeigen. Und mal zeigen, wie gut man hier spielen kann. Deswegen seid ihr auch hier an der richtigen Stelle, an der richtigen Welle. Und, äh, ihr wisst ja, ich alter Star-Wars-Fan, ne? Ich krieg jetzt los. So. Guck mal. Oh, da fängt es ja schon mal gut an. Ist natürlich auch super, in einen Schwader von X-Fungis reinzufliegen. Äh, was wollte ich noch sagen, ganz kurz wichtig, ähm... Ich hab überlegt, ob ich ein Special-Video mach, wo ich mal alle meine Star-Wars, äh... meinen Star-Wars-Merchandise zeige. Laserschwerter und so weiter. Ihr könnt ja mal in den Computern schreiben, ob ich Bock da drauf hätte. Ne? Macht einfach positives Dolby bei. 75.000 Likes gibt's das. So. Bam, endlich mal einen weggeholt hier. Okay, wir müssen natürlich jetzt hiergegen ankämpfen, dass die schäppige Rebellion, ne? Nicht, äh, es schafft hier unseren guten alten Sternzaustörer kaputt zu machen. Boah, du müsstest ein bisschen aufpassen. Ah. Na, komm. A-Wing. Yeah. Nummer zwei. So, jetzt gehen wir mal mehr auf unser Konto. Der hat ein Schild. Aber es wird sich auch auflösen. Was machen? Alles klar. Und den Sohn hat er Druck gesetzt, er wollte nicht mehr. Die Rebellion zahlt nicht allzu gut. So. Wir fliegen mal weiter. Sieht schon geil aus, ey. Meiner Meinung nach auch der beste Modus, der im Walker-Sold inzwischen, finde ich. So. Das ist eine gute Abwicklung. Bin immer auf Wolf One gespannt auf das Update. Werden wir natürlich auch zocken. Genau wie Warthogs 2. Ah, schade. Mafia 3. Äh, was kommt denn noch alles dieses Jahr? Battlefield 1 auf jeden Fall. Oh Gott, es gibt so viele Games. Ich freue mich richtig. Also, ihr dürft euch auch freuen. So. Alles hier auf dem Channel. Müsst du wollen. Müsst du zur dunklen Seite der Macht kommen. Ihr müsst eine Heile tot werden. So. Okay. Da vorne, guck mal. Und zweit ist auch weniger. Oh, da haben wir gut aufgeräumt. Zwei weggeholt. Oh, der Zerstörer ist ungeschützt. Okay, wir kommen. Hat da noch jemanden auf der Matte? Sehr schön. Die brauchen wir gar nicht angreifen. Okay. Komm. Ja. Kann es sein, dass die, äh, stärker geworden sind? Sehr gut. Wir drängen die weg. Okay, okay. Boah, aber die Atmo ist mega geil. So. Na? Bats. Genau. Der Schild. Oh, nein. Boah. Die bei der Serviette sprengt. Oh. Wir haben ein bisschen. Feindlicher Jäger. Sechs Uhr. Oh, schade. Das heißt, so wie sie unsere 7,3. Okay. Äh, x. Sieht es bei dem Gegner 23, alles klar. Wie er noch schlecht ist. Ein Subsystem. Ein Subsystem. Und Nummer 2. So, okay. Sieht ja schon mal super aus, so uns hier. Das bringt nichts. Komm, gib mir einen schönen X-Ring. Da unten. Ganz alleine in der Galaxis. Gut ausgewichen. Okay, okay. Pass auf euch auf, Piloten. Oh, 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 oh. Das war nicht clever, mein Freund. Boah. Aber du bist da ein bisschen weg. Ja. Spacey Swede. Okay, wir nehmen mal einen Type-Fight-Jäger mal nicht. Die Musik, ey. Alter. Geh ich jedes Mal aufs Neugend-Sound. Oder auch andere Sachen. Rebellenjäger, sie attackieren die verbundenbaren Bereiche unseres Sternzerstörers. Ey. Wie bitte? So, haben wir. Der Wellenjäger neutralisiert. Der ist, ach, der hat ein Schild, okay? Oh. Ich habe die Katze hier. Ich habe meine eigene Diebe dreifliegen. Oh, was hier los ist. Bam. Ich will er fast. Aber wir sind noch drin. Wir sind noch dabei. Puh. Jetzt muss man durchatmen. Oh, yeah. Spitzespieler ausgeschaltet. Wie soll es auch anders sein? Wir sind noch ein Schild. Da kam hier der Millenniumfall. Keine Chance. 14,5, okay. Nehmen wir den Abfangjäger wieder. Komm. Jetzt waren nicht diese wunderschönen Ionenraketen, aber der steuert sich eigentlich... Ist halt nicht so groß. Okay, drei Minuten haben sie noch. Verstanden. Nehmen Kurs auf euer Signal. Da kommt das Schild weg. Da kommt. Haben wir. Fahrzeugkampfmeister, guck mal. Oh, was, der fliegt noch? Wo ist der? Oh, das war Kamikaze, glaube ich. Das ist gut. Mist, ich habe es geschafft. Okay, wir bist jetzt erst so verteidigt. Beziehungsweise die Rebellen, die auf ihn nicht kriegen. Okay, okay. Start. Vielleicht mal Schuhe spielen, ne? Aber den kriegen wir natürlich auf der Seite nicht, sondern nur den Kopfgeweg. Bosk. Alles klar. Ab zur L2, liebe Freunde. Das ist meine Mission. Da vorne ist die Bleckbüchse. Weg da. Ich glaube, es ist auch gar nicht gekommen. Geil, ey. Guck mal, hier sind die Zellen. Okay. Alles, was hier reinkommt, Leute, muss weggesprengt werden. Ne? Kleiner Freund. Mann, 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 Mann. Alles für so einen Druiden. Das sind nicht die Druiden, die sie suchen. Die ihr suchen, natürlich. Oh, der Chef persönlich nimmt sich die Zeit. Alter. Boah, ich muss mal hier in Deckung. Oh, da ist Schuhe kommt. Oh, wir sind ja echt ungünstig hier gerade. Oh, ich wollte gerade sagen, da kommt jemand. Aber wir haben sie leider nicht geschafft. Droiz. Wir sind beim R2. Scheiße. Okay, okay, Leute. Wo, 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 wo? Oh, Mann. Wie er hat sich die Gegend hat. So. Okay. Schuhe. Oh, das ist ein Heldensymbol. Nein. Da war ein Heldensymbol, aber Schuhe hat uns weggesprengt. Äh. Ärgerlich. Oh, guck mal, Pilot. Ärgerliche Sache. Alter. Die Rush-Schütze gerade zu tun. Da vorne. Komm, wir versuchen es nochmal. Ja. Jetzt. Wen nehmen wir denn? Oh, ich habe hier Denker habe ich noch nie gespielt. Nimm mal Denker, komm. Einfach mal. Den habe ich noch nie gespielt. Das ist ja dieser Kopfgeleger, der andere. Der ist so ein, okay. Nächster im Wort. Was ist das denn? Wie der beim Boden rutscht. Ich kann Denker so. Ah, das ist halt Solo. Ich kann keine Chance gehabt, ey. Was war das denn? Was war das denn? Okay, aber trotzdem mal cool, Denker zu spielen. Haben wir das auch mal gemacht? Was ist hier abgehend? Meine Herren. Oh. Hä, warum? Komm, wir... Das... Achtung viel zu zwei. Ja, klar. Nein. Ah. Geh weg. Wir leben noch. Aber die Frage ist nicht... Die Frage ist viel mehr, wie lange noch. So, du bist von uns, ne? Weg da. Ich check nix mehr. Wo ist vorn und hinten? Weg da. Weg da. Boah. Also dieser Kürbio ist bestimmt jemand... Ah, ich sag nix. Weiter, 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 weiter. Z2 wieder. Ich hab teilweise gar keine Ahnung, von wo was herkommt. Oh, Alter, was ist das denn da? Frankie. Okay, okay, okay. Müsste erst mal... sammeln. Wie krass das aussieht hier, ey. Ja, dieses... Rollen, ne? Find ich ehrlich gesagt... Totaler Blödsinn. Soll ich euch ganz ehrlich, also... Find ich nicht cool, dass sie das eingebaut haben. Aber naja. Boah. Alter, check nix. Weg da. Boah, was ist hier los? Was geht denn hier, ey? Warte mal. Boah. Oh, der ist wohl gleich an seinem Ziel. Was greift mich denn an? Hä, der Typ? Was ist das denn für einer? Alter. Dieser Modus ist heftig. Check nix mehr. Krass, Mann. Oh, mein Gott. Genius. Aber es ist so viel los, man weiß. Echt nicht. Was ist denn hier? Oh, endlich mal wieder jemanden gekillt. Was? Da oben? Krass. Los. Stopp die Kiste. Ja, ja, ja. Der Droide steckt in Gas. Aber fünf Minuten, den wir zu blocken. Ich glaube nicht, dass wir... Okay, weiter, weiter, weiter. Hey, was soll der? Komm, komm, komm. Stopp die noch. Boah, alter. Ist das krass. Was zur Schlacht. Oh, der Ezro ist jetzt aber an seinem Ziel. Oh, alter. Ah. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. 74 zu 14. Krass. Oh, was ist jetzt? Okay, es geht weiter. Was soll denn jetzt machen? Das kenne ich gar nicht. Krass, das hatte ich damals nicht. Boah, alter. Geil. Guck mal. Okay, das ist mega nice. Also, das hatten wir damals nicht, als ich das gespielt habe. Da ist es gar nicht so weit gekommen. Okay, weiter. Komm. Schalten Sie die Jäger am Graben aus. Hammer. Komm. Mach doch das Scheißschild weg. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Das mit dem Graben ist ja mega. Guck mal, wie das aussieht. Das ist Star Wars für mich. Ähm, was ist das da vorne? Ja. Die angreifenden Jäger wurden neutralisiert. Sehr gut. Verfolgung fortsetzen. Was macht der jetzt? Wir müssen die... Oh. Ich dachte, ich habe es doch geschafft. Müsste die jetzt da zerstören, diese Schiffe, die da kommen. Luke Skywalker, alter. Was? Wie geil ist das denn, bitte? Der fliegt in dem Graben. Guck mal. Nein. Mann. Ach, er schon wieder. Der hobbylose Idiot. So. Piloten werden eingeteilt. Oh, das gibt es doch gar nicht. Aber ein krasser Modus auf jeden Fall. Also feier ich. Okay, wieder neue Ziele. Komm her. Hä? Was will ich? Mann. Das gibt es doch nicht. Das geht alles petzen. So. Okay, komm, komm, komm. Konzentration, Dennis. Dann holen wir uns den. Da kommt er, da kommt er. Ah, die haben den. Boah. Okay, wir haben ihn. Zielsucher-Rakete nähert sich. Ein Rebell weniger. Mach deinen Chill weg, komm. Ah, Mann. Ein feindlicher Jäger versucht, dich anzuvisieren. Keine Chance, Mann. Flügel, Mann. Was ist das denn? So. 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 Was haben wir denn hier so schön? so schön ist. Okay, da vorne, da vorne. Ich häng mich ran. Oh, der ist down, oder? Ah, Mann. Immer, wenn ich ausweichen will. Oh, ich bin zweiter. Immer, wenn ich ausweichen will, passiert mir das. go, ich bin zweiter. Geh ganz ruhig. Da. Nice Guck mal, der Typ fliegt, der ist doch unnormal Der spielt nur Battlefront Kaiser, den hole ich mir jetzt Da Mann Yes Über den nächsten Lass mich Das kann doch nicht wahr sein So, weiter, weiter, weiter Da unten Down Nummer 2 Komm Oh Mann, aber beschädigt Wir haben uns nur selber umgebracht Die fliegen halt in die Schächte und so, weißt du Das ist echt nice gemacht Das ist halt wie in einem Film, Episode 6 und Episode 4 Oh, guck, nach vorne Oh, guck, nach vorne Oh Ist das behindert Das muss man seitlich auffangen Ach, das ist doch ärgerlich Was, die Ventile Was, die Ventile Oh oh Yeah Auf dem Heideltraut.de Channel Macht's gut, Freunde Ciao Möchtet ihr mal mit euch sein Wenn ihr euch noch mehr Folgen wünscht, dann macht ein positives Daumen hoch, damit ich's weiß Und dann gibt's natürlich noch euch, was hier auf dem Channel Und dann macht ein� Jessica Was, das ist nötig oder mit euch Vielen Dank.